Hey Leute, ich bin's wieder, GYJT, Jelven, Young, James, Thomas, aber auch Regan. Und jetzt will ich B-Light alleine und hab's getroffen. Und das auch nicht? Es ist zwei verschiedene Perspektiven. Hier. Hier geht's nochmal. Ich hab's eine Perspektive getroffen. Und von anderen Perspektiven getroffen. Und hier mal wieder getroffen, mal wieder getroffen. B-Light Pro macht richtig Spaß. Ja. Und das auch nicht? Ja. Ist so viel lang her, als ich's das vorletzte Mal gespielt hab. Ja. Und das war 2016. Ja. Dass ich das vorletzte Mal Billard Pool gespielt hab. Ja genau damit. Und das auch nicht? Kinder. Gruppen. Mit Erzieher. Ja. Ja ganz genau, das war im Prinzip so. Ja. Das war aber richtig lang her. Und das auch nicht? Ja. 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 Und das war so schon. Und rein getroffen. Ja.